Liebe Bevölkerung von Eschenbach, Ballwien und Unnwil, unsere Lerngruppe 2.2 von der SEC Eschenbach hilft das Jahr wieder der Go-in-Lauf in Eschenbach zu organisieren. Wir sind 45 motivierte Jugendliche, die das Projekt bereits zum zweiten Mal durchgeführt werden. Go-in-Six-Weeks ist eine Laufveranstaltung, die an sechs aufernehmendfolgende Mittwochabendungen an sechs unterschiedlichen Orten rund um Luzern stattfindet. Die Haupt-UK ist immer das Gleiche. An diesem Ort ist aber immer eine andere Gruppe für die Organisation zuständig. Die Strecke von unserem 10-km-Lauf ist in Moswald. Die Kinder- und Jugendkategorie laufen ums Schulhaus. Letztes Jahr sind rund 200 Läuferinnen gestartet. Sie haben auch eine Festwirtschaft organisiert und viele Läuferinnen gepflegt. Unsere Lerngruppe hat viele positive Rückmeldungen bekommen und darum organisieren wir den Go-in-Lauf dieses Jahr wieder. Der Lauf 2023 findet am 3. Mai statt. Unsere Strecken bleiben gleich wie im letzten Jahr. Die Kinder- und Jugendläufer starten ab am 6. Mai. Der 10-km-Hauptlauf mit Nordic Walking startet ab am 7. Mai. Die Duschen und Garderobe sind vorhanden. Frauen sind in der Turnhalle Hübeli und Männer im Lindenfeld. Die Anreise mit dem UV wird empfohlen. Für die Anreise mit dem Auto kann man beim Kaiswerk parkieren. Die Festwirtschaft wird am 5. Mai für sie offen und ist zusammen mit der Rangverkendigung im Lindenfeldsaal. Liebe Bevölkerung von Eschenbach, Balbin und Inwil, kommen Sie vorbei, starten Sie oder sponsoren Sie uns. Wenn Sie sich anmelden können, finden Sie den Anmelde-Link unter dem Video. Wir würden uns freuen, Sie irgendwie bei uns am Go-in-Six-Week-Lauf in Eschenbach begrüssen zu dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017